Hallo Welt, da sind wir wieder hier im Multiplayer und wahrscheinlich in der letzten Folge im Multiplayer. Und ich würde ganz gerne hier oben etwas finden in den Terminus-Systemen. Joach, da haben wir doch schon was. Das probieren wir mal aus, ob das klappt. Dann sind wir nämlich auch damit durch und die Festplatte müsste auch gleich voll sein. Und das heißt, wir werden demnächst dann nochmal die Endzähnen aufnehmen müssen oder eine größere Festplatte kaufen. Ja, aber das geht nicht so schnell. Nicht an diesem Wochenende. So, unsere Kumpels sind schon so weit. Noch nicht ganz. Noch nicht alle. Ich frage mich, was das bedeutet. Hier steht Überlebende. Hier bei Toni Politi steht extrem. Bei uns steht gar nichts. Achso, die haben ja auch Bilder im Hintergrund. Ja, vielleicht waren die irgendwann mal irgendwo bei. Oder die gab es ganz am Anfang. Die gibt es jetzt vielleicht gar nicht mehr. Hm. Es ist... Es ist... Okay, jetzt ist jemand bereit. Aber wir sagen einfach mal, wir sind auch bereit. Und alle sind sie bereit und dann geht es jetzt mal los. Ich bin schon gespannt, wie das hier aussieht. Oh nein. Hier waren wir schon. Was? Ach, nicht das schon wieder. Das war knapp. Das war knapp. Das war knapp. Das war knapp. Bei mir. Ich bin in meinem Marsch! ...Mission erfüllt. Wachsam bleiben, Feind sammelt sich. In Ihrem Gebiet befindet sich ein geheimes Paket aus einem angeschossenen Schiff. Fluss gezeichnet. Gehen Sie zurück zur Exfiltrationszone. Oh, Christoph. Go on the other way. I'm about to go up. Team mit Teammitglied am Boden. Finden Sie das Objekt. Gut. Ergeben Sie sich zurück zur Exfiltrations-Experimentelle Energiequelle auf dem Weg zum Hauptquartier verloren. Finden Sie das Objekt. Das hat oberste Prioritäten. Gucken Sie sich zurück zur Exfiltration. Okay. Gut. 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 Halt! Beschaffung des Gegens bestätigt! Halt! Hab sie entdeckt! Hab ich? Bitte! Der Feind sammelt sich. Oh, schade, ich muss mich aber auch immer mitten rein stürzen, naja. Oh, schade, ich muss mich aber auch immer mitten. Oh, schade, ich muss mich aber auch immer mitten. Oh, schade, ich muss mich einfachen. Oh, schade, ich muss mich einfachen. Oh, schade, ich muss mich einfachen. Oh, 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 oh. Oh, nine. Oh, 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 oh. Ich bin gebrochen! Ich bin am Ende. Teammitglied am Boden. Ach, ja. Einmal nicht aufgepasst. Gut gemacht. Aufsam bleiben. Feind sammelt sich. Uh, hier krabbelt es aber ganz schön, was? Bestätiger! Alles gesichert. Gute Arbeit. Machsam bleiben. Feind sammelt sich. Der Kontakt zu einer Drohne. Alles ist abgebrochen. Beschaffen Sie Ihre Daten bevor der Feind den Code knacken kann. Erstes einsetzt Sie am Boden. Und jetzt bleiben Sie in der Nähe der Drohne. Alles ist gerade bei der Location. Er hat mich gemerkt. Was machen wir hier irgendwas falsch hier? Wir sammeln die Energie. Ah! Was machen wir hier? Sie wählen sich der Upload-Position. Halt Sie den Wettbewerb. Energie niedrig. Er hat für Ihre zusätzliche Energie durch den Körper angekündigt. Unterstützerhebwende Verschreiflefte. Unterstützerhebwende Verschreiflefte. Ah, das ist not! Don't think I was going to make it. Das war's. Der Feind sammelt sich. Ja, man denkt immer, das war's. Mach ich! Und wenn sie das so schön sagt, dann... Los, los, los! Das ist nicht so. Auf mal zu ist es dann ja nicht so. Ah! 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 Obwohl! Ah! 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 Das war's für heute. Ich bin am Ende. Ja, aber alle anderen sind da. Irgendwer könnte mich wiederbeleben. Ja, und schnell ging's auch noch diesmal. Ja, ob wir diesmal eine Karte zufällig auswählen lassen, gibt das nicht auch noch Punkte? Mal sehen, ob da jemand mitmacht. Ja, das sieht doch ganz nett aus wieder. Terminalsysteme müssten damit jetzt voll sein. Unbekannter Schauplatz. Ach, acht Punkte können wir verteilen. Stars haben wir, ich vergesse das immer. Das haben wir noch gar nicht benutzt. Ja, dann verteilen wir doch noch etwas Gesundheit, bin ich dafür. Erhöht Nahkampfschadensbonus und Kraftschadensbonus, 20 Sekunden lang. Oder erhöht Gesundheits- und Schildbonus. Das ist gut. Wir können sogar immer noch einen verteilen. Ja, Antigravitationsgranate. Warum so wenig? Erhöht die Granatenkapazität um eins. Das hört sich doch gut an. Ja, different patients. Ich denke dir, kommt ein guter Mensch. Ich verstehe mich. Aber natürlich sind die Locson in die Stadt ElderPA1, Oh. Kontakt! Was ist das? Was ist das? Na, ich weiß natürlich was das ist, aber wo kommt das her wollte ich sagen. Ist das unser Freund oder Feind? Halt! Ich bin's nur. Oh. Ah, der hat ein paar gute Charaktere hier. Ja, PMSG. Das waren alle. Gute Arbeit. Feind immer noch aktiv. Wachsam bleiben. Und wir haben erst unseren zweiten... Ja, da muss ich mich doch mal fragen... Da muss ich mich doch ernsthaft mal fragen, ob wir das nicht vielleicht live mal machen sollen. So eine ganze Nacht durch. Ja, aber ich weiß auch nicht. Ich muss ja erstmal ausloten, ob das überhaupt interessant ist. Ah! Ohne Hilfe! Teammitglied ist gefallen! Durchhalten! Ah! Ob das überhaupt vom Zusehen so interessant ist, weil man hier rumläuft. Ja, ich meine... Bei anderen Sachen, Battlefield oder so etwas... Da läuft ja auch jemand mit. Da läuft ja auch zugesehen. Und warum sollte das nicht klappen? Ich kann mir doch schon denken, dass das interessant wird. Finden Sie die Ziele und schalten Sie sie aus. Ich meine ja nur, weil wir bis jetzt eher so Rollenspiele auf dem Kanal haben. Und... Ja, Rollenspiele kann man ja jetzt nicht wirklich dazu sagen hier. Neues strategisches Ziel im Spiel. Neues strategisches Ziel im Spiel. Hälfte der Ziele am Boden. Neues Prioritätsziel auf dem Feld. Ich f輪riere den Wurzelt. Klasse! Klasse! Letztes Ziel auf dem Feld. Schalten Sie es aus! Aufhören! Wacht, wie das war? Teammitglied offline. Durchhalten. Damm, Feuer einspälen. Ja, bitte. Gute Arbeit von allen. Machsam bleiben, Feind sammelt sich. Und nähert sich. Aufhören! Ah! Ausgezeichnet dazu! Ziemlich gute Arbeit da unten. Feind immer noch aktiv. Wachsam bleiben. Feind nähert sich. Kontakt! Ja, der letzte Wuch. Dann war's das. Was? Ausgezeichnete Arbeit. Feind hat nur noch halbe Truppenstärke. Da! Irgendwas! Ein Schiff ist auf der Planetenoberfläche abgestürzt. Nur eine Truppe verlebt. Gute Arbeit. Aber bleiben Sie in der Nähe, damit Ihr Universalwerkzeug sie in Betrieb hält. Oh nein! Oh nein! Das ist... das ist... ...empfehle zusätzliche Teams... ...schlusser denn... ...schlusser denn... ...schlusser denn... ...zu sitzlichen Witzersatzleute sind... ...die Bewegungsenergie erhöhen. ...schlusser denn, die Musik zu haben. ...schlusser denn, die Familie zu haben. ...schlusser, die Familie zu haben. ...schlusser denn, die Familie zu haben. Sie braucht einen Verbündeten in der Nähe. Wir haben was wir brauchen. Vorsicht! Saubere Arbeit von allen. Für Testia! Feind sammelt sich. Zeit zum Nachladen. Feinde nähe an sich. Oh nein. Atlas. Feinde nähe an sich. Oh oh. Feinde ausgeschaltet. Gut geschossen. Achsam bleiben. Feind sammelt sich. Feinde im Anmarsch. Feinde. 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 Ah! Ein Feind! Ah, da drüben! Alle drauf! Großes Ding! Ein Feind! Wir sind weg! Nein, ich wollte doch gerade helfen! Ich bin looted! Oh nein! Jetzt sind wir nur zu zweit, oder? Na, sind alle wieder da? Ein N7-Auftrag ist vergangen. Die Drohle ist in Betrieb. Bleiben Sie in der Nähe und diskutieren Sie sich! Gesammelte Energie ausgeliefert! Schluss damit! Ich bin getroffen! Energie ausgeliefert! Energie ausgeliefert! Oh nein! Bewegung auf Platz! Die SS geschafft! Direktoren im Ausblick! Wir sind hier fest! Energie schenkt die Bewusstsein an! Befehle zu rechtliche, wenn wir nicht fern! Schloss damit! Nicht anhalten! Sie schaffen es! Maximalbeschwindigkeit aktiviert! Mission abgeschlossen! Na, das war ja mal wieder was! Wo kamen die bloß alle her? So viele! Ich bin hier! Gefahr entfernt! Wir haben sicher Wiss! Teammitglied verwundet! Durchheißen! Das war knapp! Ich muss getroffen! Ich bin hier! Gefahr entfernt! Wir haben sicher Wiss! Teammitglied verwundet! Alles gesichert! Gute Arbeit! Gesichert! Begeben Sie sich in die Exfiltrationszone! Verstanden! Los, los, los! Oh nein! Was und das bist! Wah! Woaah! Was die Wiss! Was die Wiss! Was die Wiss! Sie ist zu behandeln! Woah! Minutierte Rumpf. Erzählt in Sicht. Beginne Landeanflug. Erzählt in Sicht. Das ist cool. Steck in seconds! Shuttle ist eingetroffen. Der Beat wird angegriffen. Wir geben Team gesichert. Das wollen alle. Gute Arbeit! Die Geheimnis. Untertitelung des ZDF, 2020